Ophedis, das flexible Bürokonzept für junge Unternehmen, die Flexibilität suchen, aus dem Hause ImmoXpert, jetzt auch in Leipzig. Das Bürohaus Speicherhof an der Weißen Elster ist ein ehemaliges Produktionsgebäude der Firma Mai und Edlich. Durch die Holzsprossenfenster und die Klinkerfassade hat das fünfgeschossige Gebäude den Charme von früher nicht verloren. Direkt beim Betreten fallen großzügige und helle Flure und ein angenehmer Grundriss auf. Ophedis Mietern stehen provisionsfreie Büroräume ab ca. 12 Quadratmetern je nach individuellem Bedarf zur Verfügung. Ein kostenfreier Konferenzraum befindet sich ebenfalls direkt auf der Etage. Diese erreichen Sie über ein Treppenhaus oder Fahrstuhl. Alle Büros sind mit Teppichboden, abgependelten Beleuchtungskörpern und EDV-Verkabelung ausgestattet. Getrennte WC-Einheiten und eingebaute Teeküchen sind selbstverständlich ebenso vorhanden. Dank der großen Fenster lässt sich im Ophedis Speicherhof angenehm und entspannt arbeiten. Unser Ophedis Standort liegt im Stadtteil Plackwitz, westlich der Innenstadt. Park- und Gartenanlagen laden in der Mittagspause zum Verweilen ein. Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomiebetriebe befinden sich ebenfalls in direkter Nähe. Durch den Strukturwandel hat sich Leipzig zu einem beliebten Standort bei kleinen und größeren Unternehmen entwickelt. Mit dem Bus, DRS und Straßenbahn erreichen Sie innerhalb weniger Minuten das Stadtzentrum und die umliegenden Stadtteile. Über die Zubringer gelangen Sie auf die Autobahnen A14 und A38 sowie zum Flughafen. Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen oder vereinbaren einen Besichtigungstermin. Rufen Sie uns gebührenfrei an unter 0800 566 7000. Rufen Sie uns gebührenfrei an unter 0800 666 7000. Bis zum nächsten Mal.